Es heißt, dass Elefanten niemals etwas vergessen. Aber diese beeindruckenden Tiere sind mehr als nur wandernde Festplatten. Je mehr wir über Elefanten lernen, desto mehr scheint ihr beeindruckendes Gedächtnis nur ein Aspekt ihrer großen Intelligenz zu sein, die sie zu den sozialsten, kreativsten und gutmütigsten Tieren der Erde macht. Das sprichwörtliche Elefantengedächtnis ist sogar wissenschaftlich untermauert. Elefanten kennen jedes Mitglied ihrer Herde und können mehr als 30 Begleiter anhand von Aussehen und Geruch erkennen. Dies ist auf Wanderschaft und bei Begegnungen mit potenziell feindlichen Elefanten sehr hilfreich. Sie erinnern sich auch an Gefahrensignale und können sich noch lange nach ihrem letzten Besuch an wichtige Orte erinnern. Aber ihre Erinnerungen, die nichts mit dem Überleben zu tun haben, sind am faszinierendsten. Elefanten erinnern sich nicht nur an Mitglieder ihrer Herde, sondern auch an Lebewesen, die einen Eindruck hinterlassen haben. Zwei Zirkuselefanten, die kurzzeitig zusammen aufgetreten sind, erkannten einander nach 23 Jahren noch wieder. Dieses Erkennen ist aber nicht auf die eigene Spezies begrenzt. Elefanten erkennen auch nach Jahrzehnten ihnen bekannte Menschen wieder. All das zeigt, dass das Elefantengedächtnis mehr ist als nur eine Reaktion auf Reize. Im Kopf der Elefanten finden wir den Grund dafür. Sie haben das größte Gehirn aller Landsäugetiere und einen beeindruckenden Enzephalisationsquotienten. Das ist die Größe des Gehirns im Verhältnis zur Körpergröße. Und der EQ von Elefanten ist fast so hoch wie der von Schimpansen. Trotz der nur entfernten Verwandtschaft ist das Elefantenhirn dem Menschenhirn erstaunlich ähnlich. Es hat genauso viele Neuronen und Synapsen. Hippocampus und Hirnrinde sind auch hochentwickelt. Der Hippocampus ist für Emotionen zuständig und ermöglicht Erinnerungen, indem er wichtige Erlebnisse im Langzeitgedächtnis speichert. Die Fähigkeit, Bedeutung zu differenzieren, macht das Elefantengedächtnis sehr komplex und seine Kapazität geht weit über reines Merken hinaus. Elefanten, die in ihrer Jugend eine Dürre erlebt haben, können später deren Warnsignale wiedererkennen, wodurch Herden mit älteren Leitkühen höhere Überlebenschancen haben. Leider macht dies Elefanten zu einer der wenigen Tierarten, die unter posttraumatischen Belastungsstörungen leiden. Die Hirnrinde hingegen ermöglicht es ihnen, Probleme zu lösen, was Elefanten sehr kreativ macht. Sie lösen Probleme gemeinschaftlich, überlisten manchmal sogar die Forscher und manipulieren ihre Partner. Und sie beherrschen einfaches Rechnen. Sie können die relativen Mengen an Obst in zwei Körben auch nach mehreren Änderungen nachvollziehen. Diese seltene Kombination von Erinnerung und Problemlösung erklärt zwar das kluge Verhalten von Elefanten, aber nicht so manches, was wir gerade erst über ihre geistigen Abläufe lernen. Elefanten kommunizieren mit allem, von Körpersprache und Lauten bis hin zu Infraschall, der Kilometer weit zu hören ist. Ihr Syntaxverständnis legt nahe, dass sie eine eigene Sprache und Grammatik haben. Dies kann sogar über simple Kommunikation hinausgehen. Elefanten erschaffen Kunst durch sorgfältige Auswahl und Kombination von Farben und Formen. Außerdem erkennen sie zwölf Töne in der Musik und können Melodien nachspielen. Und ja, es gibt eine Elefantenband. Aber das wohl erstaunlichste an Elefanten ist eine Fähigkeit, die noch wichtiger ist als Klugheit. Ihr Sinn für Empathie, Altruismus und Gerechtigkeit. Elefanten sind die einzigen Tiere, außer dem Menschen, die Tote betrauern, Bestattungsrituale durchführen und zu Gräbern zurückkehren. Sie zeigen auch Rücksicht auf andere Arten. Ein Arbeitselefant weigerte sich einmal, einen Baumstamm in ein Loch zu legen, in dem ein Hund schlief. Und Elefanten, die verletzten Menschen begegneten, standen manchmal wache und trösteten sie sanft mit ihrem Rüssel. Andererseits haben Elefantenangriffe auf menschliche Siedlungen in der Regel meist direkt nach massenhaften Tötungen stattgefunden, was auf bewusste Rache schließen lässt. Zusammengenommen legen all diese Indizien und die Tatsache, dass Elefanten eine der wenigen Spezies sind, die sich selbst im Spiegel erkennt, nahe, dass sie intelligente und emotionale Tiere mit Bewusstsein sind. Leider behandeln Menschen Elefanten oft nicht dementsprechend. Sie leiden unter der Zerstörung ihres Lebensraums in Asien, der Elfenbeinwilderei in Afrika und weltweit unter Misshandlungen. In Anbetracht dessen, was wir heute über Elefanten und deren Intelligenz wissen, ist es wichtiger denn je, dafür zu sorgen, dass das, was der englische Dichter John Donne als das große Meisterwerk der Natur bezeichnete, nicht von der Erde verschwindet. Danke fürs Zuschauen! Wenn dir dieses Video gefallen hat, klick auf Abonnieren und verpasse keine Gelegenheit, etwas dazuzulernen.